Rundfunk 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 Ich bin Karine Chang, ich bin DSI Make Up For Ever und ich bin froh, dass Sie mit Ihnen sein können. Ich bin auch mit Mélisandre und Jessica und wir werden uns über die Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec. Ich bin Kiel-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec-Tec Also, Mélisande und Jessica, ich glaube, ihr habt ein sehr ähnliches débuts. Ihr habt alle zwei eine Ecole von Ingenieuren, mit Spezialität Elektronik und Informatik. In revanche, ihr habt commencé différemment. Jessica, ich glaube, du hast in als développeuse. Mélisande, in als Recherche und Development. Und dann, ihr habt rejoints des Kabinets de Conseil, vor dem LVMH. Also, ich bin wirklich impressionnete bei votre début von Karriere. Können Sie mir ein bisschen mehr sagen, was das auch noch dazu gebracht hat? Ja, natürlich, ich kann es anfangen, wenn du möchtest. Ich habe immer noch in der Schule von Ingenieuren gewonnen, ich habe immer noch für den LVMH geöffnet. Ich habe mich sehr beeindrucktet, bei der Leistung des Groupes. Wir haben noch mehr 75 Mäste, die wir heute noch nicht vorstellen. Also, in termes von Karriere und Posten, das ist sehr beeindrucktet. Ich habe mich sehr viel Zeit auf den Karriere und LVMH zu schauen, wenn ich mich in der Daten zu sehen, ich muss in der Daten schauen, ich muss auf der Telle Majeure sein, ich muss auf der TSI sein, es muss man das machen. Und es gab es für alle Wände in der Tech. Und das war auch sehr beeindruckt, dass in meiner Schule, in der Schule, man zu reden, von der Luxe, Wir sind eher die Fähigkeiten, die wir im Kodage, Informatik und Elektronik und auch die ESN. Aber die Fähigkeiten des Fähigkeiten, die wir sehr gut sind. Ich bin sehr froh, dass wir uns im Gruppen haben, weil wir uns die Ausstellung von der Produkte machen, aber es gibt auch die Ausstellung von Technologien, von Projekten, von Projekten. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr glücklich und ich bin sehr glücklich. Und auch mit dem Group haben wir diese Excellence auch internationalen. Das ist sehr interessant in der Karriere. Ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr glücklich. Jessica, was ist dein Parkour? Also, ich bin nicht auf den Luxe, wenn ich angefangen habe. Ich habe ein Parkour für Ecole d'Ingenieure in Informatik und Elektronik. Und ich habe angefangen bei der Karriere Traytec, als ich als développeur habe, auf der Technologie Java . Das ist ein bisschen mein langage de Prädilektion. Und es ist wahr, dass ich, erst zuerst, ich bin nicht auf der Welt der Luxe, denn es ist nicht ein Monde, auf dem wir denken, dass wir von der Komplexität Technik, von der Challenge Technik, von der Diversität. Also, wir sind auf jeden Fall, von der Editors, die vor dem Challenge Technik, sehr, 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 oder von der ESN, von der Technologie Technik, von der Diversität Technik, sehr, sehr gut. Also, ich hatte ein A-Priorys auf dem Luxe, aber ich habe das Group, es ungefähr ein Jahr, bei BMH Beauty Tech, und ich kann Ihnen sicher, dass die complexität und die Diversität, wir haben, es sehr, 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 auf jeden Fall. Und so, wir können in der Tech und in der Monde des Luxe, auch im Moment. Das stimmt. Das stimmt. Mélissandre, toi, du haste schon eine Mobilität auf dem Gruppe, ich glaube, das heißt, du haste schon verändert, du haste schon in so wenig Zeit. Bravo. Extraordinaire. Kannst du uns ein bisschen wie es passiert? Ja, also, die Mobilität, bei LVMH, ist das, dass wir uns ermöglichen und uns helfen, wenn wir uns zu ändern, und wir uns zu ändern, wenn 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 wir uns zu ändern, wir uns zu ändern. Und ich habe angefangen meine Karriere aufgrund der LVMH Client Services, die ist eine entität die auf die Service cliente an zu distance, für verschiedene Maisons. Ich war responsabler von einer Technik-Self-Self-Service-Cloud, die wir uns mit allen auf den Medien zu kommunikation mit unseren Client. Also, die Institution, die SMS, die Appel, alles ist so gut, für unsere Konsequen. Aufgrund der Anlieferung hatte ich eine Chance zu arbeiten mit einem sehr nahe, aber für verschiedene Maisons. Also, die wir uns zu nutzen, zu der Masur der Masur, zur Technologie, auf die Technik, auf die Weise und die Dinge. Das ist immer noch nicht die Gleiche. Ich habe einen Aligno in Planète also, weil ich war in Mobilität im nächsten Mal. Ich wollte sehen, was in einer Masurung. Die Masur-Schomet ist um sie zu montieren für den Service-Self-Self-Klient. Ich hatte schon immer Alignement de Planète, ich bin in Mobilität, ein Poste ist ört, ich bin in den Entretien und ich bin in der Maison Chaumet. Und heute, die Unterschiede in meinem Poste ist, dass ich ein Projekt ist, für verschiedene Maisons, an eine einzige Maison, diese Woche, aber eine diversität von Projekten, noch mehr variere. Das ist super, wenn ihr hier LVMH ist, weil ihr wirklich verbessertet ist, und niemals arbeiten in der gleichen Weise, wie in der Maison, die ihr gearbeitet und die Projekte, die ihr seid. Das ist eine wirkliche opportune, ein wirkliche Luxe, wenn wir in der Gruppe sind, können wir diese Mobilität machen. Das ist wahr, dass der Gruppe, mit seinen 80 Maisons, eine riesige Erwartung ist. Jessica, du hast du gesagt, es hat ein Jahr ungefähr, dass du LVMH-Biotee-Tech ist, also die Mobilität ist noch ein bisschen Zeit, aber in Präparant-Le-Taupe, du hast du dirige, dass 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 du dirige. Das ist absolut. Sie müssen zu wiederholfen, vor dem觉 DJ Mélisandre aussch Cantμ Aah, aber dass du Begrüß dass du Mobilität mit der LVMH gewinnen, glaubt, es möglicherweise das Embassy zuvergery Angela that Pole mit der Mobilität geben wird in der Gruppe. Dies betrifst auch unseren go двухländern erforsen für das Gruppe. Kurz gesagt, wie Karin ich bin wiederge患, als ich vor dem Band a rausgekommen, ein Jahr geb Tattoo, ich habe gesagt, dass ich nicht hoffentlich heeft zu werden, Ich habe die Chance, mit vielen Maisons, ich habe drei in meinem Aktiv, heute. Ich habe ein bisschen die Möglichkeit, mit den verschiedenen Maisons, denn jede Maison hat einen Universum, in der Kultur, in der Stratégie, in der Komplexität Technik und Funktionelle. Wir haben verschiedene Stakeholders, verschiedene Kontraintes, etc. Es ist schon ein Weltreicher, sehr challenging und sehr diverser. Und ich habe die Chance, in diesem Kontext, dass wir Karin arbeiten, denn wir arbeiten für die Make-up-Forever. Karin, du hast du sehr inspirierst. Kannst du uns noch ein bisschen darüber erzählen, und wie du diese Kommunikation von LVMH-Fomalintech? Mit großartig. Ich habe einen sehr unterschiedlichen Parcours. Ich bin von Mélisabeth und Jessica, ich bin in der Komplexität in der Komplexität. Und wenn ich LICN bin, mein Reif war war, war zu werden. Ich habe nichts mit der Tech. Ich wusste nicht, dass ich es nicht. Und dann, sehr schnell, in der Karriere bin, ich bin mobilisiert auf einem Projekt Informatik, also auf dem Bereich der Finanzen. Und da, ich habe mir gedacht, dass ich das, was ich will machen. Weil es keine einzige Zeit gibt, weil es nicht eine einzige Zeit gibt. Wie funktioniert ein Projekt Informatik? Es ist, dass man ein Projekt an eine Team ist, und die gesamte Team muss arbeiten, und die gesamte Team muss arbeiten. Und dann, ich habe das Ziel gemacht, und die Zukunft zu arbeiten, dass wir das Ziel machen haben. Und das Ziel, ich habe es in der Zukunft zu machen. Und das Ziel, wir uns mit der Hauptfache, und das Ziel, es ist einfach magisch. Und dann, ich habe es einfach zu kommen, in der Informatik. Und dann, ich habe viele verschiedene Projekte, Also, natürlich über die Finanzen, und dann über die Projekte von größern. Und dann, ich habe auch die anderen Unternehmen entwickelt. Ich habe auch für Retail, ich habe auch für die Relation-Clients, wie die Lissandre. Ich habe auch für die Projekte, Logistik, Supply-Chain. Die Projekte, die ich gemacht habe, haben mich über den ganzen Welt. Ich habe wirklich gemacht, in Asie, in Amerika Süd, in den USA. Das war wirklich magisch. Ich bin wirklich passionnete von meinem Beruf, ich liebe mich. Ich habe nur gesagt, dass wir nicht viele Frauen in der Tech sind. Wir sind ungefähr 30% von Frauen in France. Und dann habe ich mir gedacht, dass es sich darum geht, dass es sich darum geht. Und dann habe ich angefangen, die Women in Tech in der Community. Erstens, in der LVMH Multitech, und dann in der Gruppe. Und dann haben wir gearbeitet, in der LVMH, in der LVMH, in der LVMH. Und dann haben wir die Zukunft der LVMH, in der LVMH, in der LVMH, in der LVMH. Und dann haben wir die Möglichkeit, die die Idee, die wir in der LVMH, 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 in der LVMH. Und dann haben wir die Zukunft der LVMH, in der LVMH. Und dann haben wir die Zukunft der LVMH. Und dann haben wir die Möglichkeit, die wir im der LVMH, in der LVMH, in der LVMH, in der LVMH, in der LVMH. Und dann haben wir die LVMH, in der 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 LVMH. Und dann sind wir sehr, 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 sehr. Und dann sind wir die Schlussfolgerungen. Also, ich würde in der LVMH, 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 in der LVMH. Diriger, etc. Ihr habt compris, wenn ich angefangen habe, ich habe keine Karriere in der Tech geplantiert. Und wenn ihr eine Chance habt, sehissez-la. Restez ouvertes d'esprit. Soyez à l'écoute. Und dann, allez-y. Der zweite Tipp, es gibt keine Limite. Die Limite sind nur... Ihr habt nur eine Limite in der Welt. Also, nicht in der Zeit, und allez-y, ihr wisst. Ich bin total d'accord mit dir. Ich möchte noch ein Wort für eine Karriere sagen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich sehr aktiv ist. Es gibt Dinge, die man sich verändernlernen. Es ist auch sehr wichtig, wenn ich ein Jahr, wenn ich ein BILAN fahre, was ich meine Next Steps? Es gibt nicht, dass ich die Poste nicht mehr verändern. Es gibt manchmal, dass ich eine neue Technologie bin. Ich möchte ich mit einem neuen Bereich arbeiten. Ich möchte ich noch mehr wissen, oder in einem anderen Groupen. Es ist wichtig, dass ich mich zu sagen. Ich habe die Objektiv, ich habe, dass das auch bei mir werden. Ich denke, die Proactivität ist sehr wichtig, dass ich auf dem LBMH bin oder in n'importe quelle Carrière bin. Ja, genau. Ich zeige dir das 3 Tipps, aber das ist wirklich zu allen, die man sich auf dem Mann, Frau, 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 Frau oder Frau, 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 Frau. Der erste ist, dass Sie lernen. Die Frage zu finden, w Birds-Richt zu fragen. Wie ich bin und ich will, warum ich bin. Ich sage dir, es ist, aber ich glaube, es ist ein sehr wichtig. Warum ist es wichtig? Denn eine Woche, wenn du eine Antwort auf diese Frage, ist das ein großer Buster in sich und der Stimme. Und ihr habt ihr besoin in dem Karriere. Der zweite Tipp, ist die VALEUR. Sie werden die VALEUR, die ihr alle VALEUR, die in der VIEW, 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 in der VIEW. Sie werden auch die VALEUR, die gute Unternehmen zu wählen. Warum? Weil die VALEUR, die VALEUR, die von der VIEW, die der VIEW, die der VIEW, und ihr habt mehr Chance, die in der VIEW, die ihr euch in der VIEW. Und der letzte Tipp, ist es, es zu versuchen, es zu versuchen, es zu versuchen, es zu versuchen, wir uns vielleicht nicht zu kommen, aber nicht zu versuchen. Vielen Dank. Vielen Dank.